Willkommen zurück bei Minecraft. Das ist jetzt natürlich eine Xbox One Ausgabe. Sieht man ja oben. Machen wir mal weiter, ne? Ach, haben wir noch Besuch. Stimmt ja. Also, gucken wir mal, was wir da drinnen machen könnten. Das wirst du da drinnen sicher. Ach ne, da war der Wasser. Komm, da über das Wasser her. Na komm, sicher runter, sicher runter, sicher runter, komm. So, weine. Nein, das kommt auch noch mal so durch. Oh, ich muss kurz ins Essen. Wo ist denn da Zombie? Über uns? Fleisch. Yeah. Na komm, zu mir dir. So. Das kommt hier hin, das kommt hier hin, das kommt hier hin, das kommt da rein. Dann können wir es mal weiter machen. Wie viele Holzmutter? Noch elf Stück. Weg. Weg. Jetzt kommt da wieder Wasser rein. Na. So, dann machen wir mal hier die Wand zu. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, da kommt wieder Wasser rein, das ist mir aber egal. Ja. So. Es ist auch schon viel besser, aber jetzt wird so wieder Tag. Da kann man erstmal Holz holen. Holz und... ...kohle. Weg, was zu essen, nehme ich aber mal mit. Wenigstens die Hälfte davon. Und dann nach und nach braten zu schön Schweinefleisch. Schweinefleisch. So, das lassen wir mal zu und holen erstmal ein wenig Holz. Weil das ist wichtig. Ja. Dann können wir uns dann auch noch craften. Das ist sehr schön. Lalalalalala. 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 Halt, 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 halt. So. Nein! Komm, der ist doch mal der Creeper her. Warum noch mit dem Zombie? Ah! Ein Creeper. Dann bade der Zombie. Können wir uns eben erstmal nicht... Oh! Nochmal Schweinefleisch. Zack, zack. Yeah! So. Hier sind noch Eisenbretter und Birkenbretter. Also Birkenholz. Nicht Birkenbretter, sondern Birkenholz. Nicht Birkenbretter, sondern Birkenholz. So. So. Weg tun, dann tun wir das hier hin und... Ups. Davon können wir uns dann nämlich noch eine schöne Treppe bauen. Beziehungsweise craften. Beziehungsweise craften. Oh! Oh, hinten ist noch mehr. Yeah! Hey! Es ist weg! Egal. Jetzt brauchen wir erst mal... Kohle. Jetzt sind wir doch wieder hier. Der Creeper hier, der hier vorne stande. Nein, da ist er. So. Der ist weg. Ich geh mal hier aus der Höhle raus. Das ist mir egal. So. Der bleibt eben da unten. Wäre auch egal. Schrauber. Material. Jawoll. Ach, das kam da. Das war's noch ein. Ach so. Komm hier. Komm hier. Fleisch. Da ist ein Ei. Hier ist Kuhle. Bau auch neu. Kuhle 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 Kuhle. Hier ist Kuhle Kuhle. Kuhle Kuhle Kuhle. Kuhle Kuhle. Ich brauche Kohle. So, dann nehmen wir das noch. Und dann nehmen wir noch das hier. Nehmen wir jetzt einfach alles mit, was hier an Kohle ist. Davon können wir uns nämlich eine Fackel craften. Überall. Yeah. So, wie Kohle haben wir jetzt? 29. Oh. Haben wir hier oben denn noch mehr Kohle? So, und sah alles aus. Hm, die nächste Frage ist jetzt, wo ist unseres? Oh, ich muss jetzt was essen. So, wo ist unseres? Wo ist denn unser... Wo ist denn unser... So, unser Haus. War das nicht vorhin. Noch mal Kohle. So, jetzt ist damit auch gleich alles mit. Da hinten ist sogar noch mal Kohle. Hier unten ist ein... Äh, ist ein... Ach, da ist doch... Ah, hier ist noch in der Nähe. Hier ist noch übergeschwommen. Und da hinten drin hockt auch ein kleiner Creeper. So. Äh, ne Kuh. Hm, cool. Hm, hm, hm. Wo ist unser Haus? Ach, ja. Geil. So. Bam, 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 bam. 56 Fackeln. Die Kohle brauchen wir jetzt für den Ofen. Wenn... Da haben wir mal eine Hälfte davon. So. Jetzt haben wir's. Hauen wir mal mit hier rein. So. Und ein bisschen was hauen wir mal mit hier rein. Davon können wir uns hin. So. Dann wir das Zeug erstmal weg. Und hauen die Fackeln hier hin. Und dann können wir erstmal ein bisschen Fackeln hier hin bauen. Dann haben wir mal hier und hier. Geh das dann auf? Ja. Sehr schön. So, dann haben wir uns noch hier hin und noch zwei Fackeln. Das müsste eigentlich reichen. Fackeln erstmal. Wie viel haben wir denn jetzt? Das Birkenbretter, Eichenbretter, Eichenbretter brauchen wir mal. Bauen wir mal hier so eine kleine Wand hin. Und hierhin haben wir jetzt gleich mal zwei Türen. Dann werden wir erstmal wissen, wo die sind. Ah, hier. So. Das ist er weg. Ähm. Ups. So. Und so. 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 Ist das auch richtig? Ja. Es ist richtig. Ein Bett. So. Dann machen wir mal hier noch ein bisschen was weg. So. 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 Wie cool. So. So. Müsste eigentlich reichen, oder? Ja. Gehen wir uns das mal hin. So. Gehen wir uns das mal ein wenig Material holen. Erstmal wieder eine... Deine Axt. Na, dann machen wir's mal so. So. Alter, dann brauchen wir dann auch noch zwei Stück. So. Und so. Dann machen wir das mal so. Und... So. So. Dann haben wir jetzt erstmal genug. Genügend. Warte mal. Dann ist doch... Das fällt mir immer erst später ein. Könnten uns ja auch rein theoretisch... Aber wie war denn das? Mal kurz gucken. Mal kurz gucken. Oh. 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 Au! Und eine Kuh Die geführt uns nämlich Leder Wenn es manchmal wegrennen würde Hallo? Kuh? Nein! So Ähm, warte mal Bevor wir wieder abhauen Vor wir wieder abhauen Machen wir erstmal hier Das war das, wo wir dann noch wieder dritten Äh, halt, hier war das Und jetzt ist es einmal drinnen Da kann ich nämlich noch Das hier Machen, halt Und das ist auch schon fertig Da machen wir dann noch Das 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 Ruhrenfleisch Dann machen wir mal noch eine Treppe Das geht folgendermaßen Das geht so Und mal drei Stück draus Und mal drei Stück draus So Zwölf Stück müsste erstmal reichen Bevor wir mal losgehen Bevor wir mal losgehen Und dann Bauen wir dann Zwei, drei Treppen hin So 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 Hier hin kommen dann da noch Pflanzen Machen wir uns noch rüchchen gemütlich hier Das wird schon noch schön Das ist mir nur die Anfangszeit Wo es halt Ja, schleppend voran geht's aber mal Hm. Hm. Nehmen wir mal noch ein bisschen Holz. Ich arbeite eigentlich sehr gerne mit Holz. Ja, Minecraft. So, dann holen wir noch das hier. Danach werden wir wieder nach Hause kommen. Haben wir dann... Halt! Ähm, was wollte ich jetzt gerade eben sagen? Hab ich schon vergessen. Achso, das Essen. Dann ist nämlich auch das Essen fertig. Coole. Coole holen. Lalalalalala, Stube 5, 4. Lalalalalala. Lalalala. Lalalala. Ich weiß jetzt natürlich nicht. Sollten wir noch mal coole? So, da stehen immer noch gar nichts mit. So. Lalalala. Lalalalalala. Lalalalalala, Lalalala. Die nehm ich mit. Schöne Rose. Da hinten ist noch mehr Kohle, Kohle. Och du Scheiße. Klettern. Na ja, gehen wir mal hier hoch. Ja, weiter kann man natürlich jetzt nicht. Mach mal so, so, so. So. Wo ist jetzt die Kohle? Ups. Axt ist kaputt. Wo ist denn? Ich hab Kohle gesehen. Wo ist denn hier? Hm. Das wär geil. Wenn das unser Haus wär. Oh, das wär nice. Machen wir mal hier oben ne Fackel hin. Dass die Schatten beschreibt wer ist. Aha. Da drüben müssen wir... Wollen wir uns denn noch was bauen? Das wär so geil. So, jetzt wird's natürlich noch dunkel. ... 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 Nimm mal mit. Nimm mal mit. Auch mit. Genau. So, wo ist unsere Bude? Unsere Bude. Ich hoffe dann mal nicht, dass es dann auch zum Verhängnis wird, sage ich mal. Weil aus dem einfachen Grund... Ah, das ist geil. Das ist schon echt geil gemacht, muss ich sagen. Minecraft ist schon... Ist nicht schlecht. Dann bist du auch hier irgendwo, weil hier ist nämlich das Fischtenholz, dann bist du hier auch irgendwo meine Bude sein. Schade, schade, schade. Jetzt haben wir uns natürlich wenige verirrt, ne? Schade, schade. Da hinten... Ah... Ja... Jetzt haben wir uns natürlich doch verlaufen. AHHHHH Das wollte ich jetzt natürlich nicht Ich muss doch schön herrichten. Unsere Bude! Nee, was ist das denn? Oh, da ist mehr! Hallo! AHHHHH Jetzt ist es irgendwie... Wir wollen doch nicht bei einer Schneelandschaft! Das kann doch gar nicht gewesen sein! Nee, wir wollen doch nicht bei einer Schneelandschaft! Das ist ein Creeper Ah, hier gibt's... Hier geht's natürlich... Hier haben wir's natürlich verirrt! Da oben ist der... Warte mal! Wir waren auf der anderen Seite! Wir waren doch natürlich auf der anderen Seite, soweit ich mich erinnern kann, weil dann da ist, haben wir doch... AHHHHH 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 Das wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen! Da drin ist wo Kohle, aber das riskiere ich jetzt nicht! Ähm... Warte mal hinten löschtet doch was! Warte mal hinten löschtet doch was! Das kann doch nicht... Nee, das glaube ich nicht, dass wir hier hinten waren! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, nein! Uh, Lava! Da will ich nicht reinfallen! Nein! Äh, ja gut, dann machen wir erstmal hier einen Cut und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder! Ciao!